Musik Wir sind seit 2015 im Kalter Gemeinderat als freiheitliche Ratsfraktion vertreten und seit 2015 sind wir auch eine gut zusammenarbeitende Gruppe in Kaltern und wir haben uns jetzt entschieden auch im Zuge oder im Hinblick der Gemeinderatswahl in 2020 uns eine Struktur zu geben und so geschlossen und volle Lahn das nächste Wahljahr anzugeben. Musik Jetzt allererstes gratuliere ich einmal der neuen Ortsgruppe in Kaltern und vor allem dem Führungstur Dietmar Zwerger und Florian von Acht. Ich glaube es ist eine tolle Kombination auch hier in Kaltern diese Ortsgruppe aufzubauen. Sie sind jetzt gestartet und ich wünsche ihr alles Gute bei ihrer Arbeit hier im Dorf und ich bin mir auch sicher, dass sie den Zusammenhalt sei es im Bezirk als auch zur Landespartei halten werden und ich bin froh, dass wir engagierte Leute haben, die unsere freiheitlichen Werte vertreten. Musik 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 Musik